Hallo Britt, wow, du siehst ganz, ganz toll aus. Hast du irgendein Geheimnis? Also Geheimnis ist es eigentlich nicht, aber ich habe einen wunderbaren Zaubertrick entdeckt. Ich bin seit einiger Zeit ja, Gott sei Dank, zu Censa gekommen. Und Censa ist für mich ja wirklich eine grandiose Sache, muss ich sagen. Weil ich habe schon sehr gehadert. Nach der Geburt meines zweiten Kindes war es schwierig. Also es hat mich auch genervt. Und solche Momente wie hier, so roter Teppich, Abendkleid, das ist für jemanden, der sich in seiner Figur nicht oder in seinem Körper nicht ganz wohl fühlt, echt, das kann sehr belastend sein. Und dann passt auch nichts, sieht nicht gut aus. Und dank Censa habe ich es endlich wieder in den Griff bekommen und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich auch gut. Also man streut es aufs Essen rauf. Es ist eigentlich eine Aromakomposition, also was ganz Natürliches, bestehend aus Lebensmittelaromen. Und das führt dazu, dass der Schalter im Kopf wieder schneller umgelegt wird, von Hunger auf satt. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Also man streut, man isst es, man nimmt ab und man fängt dann zu feiern. Auf einen schönen Abend.